Also am meisten beeindruckt hat mich, dass die Prozesse von Mal zu Mal intensiver wurden, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen konnte, dass das noch geht und dass Rainer und Regina mit einer unglaublichen Freude und Wertschätzung diese Prozesse auch begleitet haben und vor allen Dingen, dass der Spaß nie zu kurz kam. Dass ich in dieser Ausbildung meinen eigenen Weg, in meinem eigenen Tempo gehen kann. An der Ausbildung am meisten beeindruckt hat mich die therapeutische Arbeit von Rainer und Regina, wie sie mit uns gearbeitet haben. Diese praxisnahe Ausbildung, die man eins zu eins an seine Klienten weitergeben kann, die ist großartig. Am meisten beeindruckt hat mich die wahnsinnige Schnelligkeit, mit der unglaubliche Prozesse ablaufen, das wirklich live beobachten zu können. Das ist unbeschreiblich. Also der Nutzen, den ich aus dieser Ausbildung gezogen habe, der ist unermesslich groß, weshalb ich jetzt auch nur drei Bereiche rausnehmen möchte, die mein Leben verändert haben. Zum einen führe ich eine wirklich schöne und erfüllte Beziehung und ich stehe auch kurz vor meiner Hochzeit, was ich kurz vor der Ausbildung auch für nicht möglich gehalten hätte. Zum anderen habe ich völlig neue Dimensionen zum Thema Frau sein und Selbstbewusstsein entdeckt und ich habe auch einen ganz neuen Zugang zum Thema Geld bekommen und merke, dass ich dieses Geld mit Freude und Leichtigkeit verdiene. Der größte Nutzen, den ich aus dieser Ausbildung gezogen habe, ist, dass ich in eine Gruppe hineingewachsen bin. Das war die beste Gruppenerfahrung in meinem Leben bisher. Der Nutzen, den ich aus dieser Ausbildung gezogen habe, ist, dass ich wirklich in meiner Kraft als Mensch und als Frau bin. Der Nutzen, den ich aus der Ausbildung gezogen habe, ist, dass ich meine Selbstsicherheit und meinen Selbstwert gefunden habe. Ich würde diese Ausbildung jedem weiterempfehlen, weil ich noch nie so intensive Selbsterfahrungsprozesse erlebt habe wie hier, die gleichzeitig auch so professionell begleitet werden. Und all das erlebe ich als Geschenke, die das ganze Leben einfach bereichern, erfüllen und immer schöner machen. Diese Ausbildung würde ich weiterempfehlen, weil sie einem selbst verändert, sein Umfeld verändert und jeder, der damit in Berührung kommt. Ich würde diese Ausbildung weiterempfehlen, weil ich meine Professionalität und Lebensfreude gefunden habe. Ich kann diese Ausbildung nur jedem empfehlen, der an sich selbst und mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchte. Ich empfehle dir, diese Ausbildung zu machen, weil es nichts Besseres gibt, um wirklich in dein Potenzial zu kommen und auch Frieden mit dir und der Welt zu schliessen.